Liebe Lehrlinge, es freut uns sehr, dass ihr heute am Lehrlingstag da seid und mit uns euren Lehrstatt feiern möchtet. Wir wünschen euch viel Spaß! Es war voll toll, alle Lehrberufe zu sehen und die anderen Leute auch kennenzulernen. Es war für mich das erste Mal, dass ich das so miterleben durfte und ich finde, dass sie sich eigentlich sehr viel Mühe gegeben haben und dass eine sehr coole Veranstaltung geworden ist. Ich finde es auch sehr cool, dass jeder namentlich wirklich erwähnt wurde und wirklich auf jeder Lehrling quasi dann auf die Binde durfte. Ich wünschte viel Spaß mit der Lehrlinge, weil ich das so gern verkaufen bin, die das dabei und freundlich sind. Ich bin auch furchtbar dankbar, dass sie in so einem tollen Unternehmen die Chance kriegt, eine Lehre zu absolvieren. Es wird super organisiert, sehr viele nette Leute hier.